Elvis heute bei seiner zweiten Gitarrenstunde. Mir fällt doch glücklich der Name nicht ein. Und er macht heute schon viel besser. Elvis und weiter. Seht ihr? Er ist wirklich ein schlauer Junge. Ich mache da zwischendurch immer ein bisschen Pause, weil wenn man jeden Tag denselben Käse übt, das wisst ihr von den Kindern, dann wird es irgendwann langweilig. Super, der strengt sich richtig doll an. Prima! Super macht er das und er kriegt jedes Mal eine tolle Belohnung, wenn er sich doll anstrengt. Futter, was er sonst nicht kriegt. Er steht zurzeit auf frohlich. Die meint ganz klein. So eine kleine Muckwittchen. Und dann kriegt er die nebenbei als Leckerchen. Die kriegen immer das, wonach sie ganz extrem verrückt sind. Und zurzeit ist es halt frohlich. Und los! Na? Und los! Gehen wir mal wieder rüber. Und los! Und noch einmal. Prima! Hat er gut gemacht, oder Leute? Super Junge! Ok, wir machen Schluss. Bis dann! Ciao! Vielen Dank.